So, nächster Duell. Mal sehen, ob der auch so ein Arsch ist. Aber er ist natürlich ein Arsch. Das ist ja Schwierigkeitsgrad. Das ist leicht, das ist schwer. Oder nee, das ist leicht. Mittel, schwer. So könnte man das definieren. Ein Element-Säbel-Deck, das auf das Wassermonster fokussiert. Erweiterte Duells sind ein Nachteil, wenn sie dein Blatt durch Mowling Glacia, der Elementarherrscher, ausdünnen. Der Trick ist, Duelle schnell zu beenden. Man könnte somit eigentlich vier Element-Säbel-Decks erstellen. Für jedes Element sozusagen. Obwohl, nee, ja sechs, weil es ja sechs Elemente gibt. Es besteht ja, die Krieger der sechs Elementarier schon. Ah, okay. Na, wahrscheinlich ist es nicht in den... Ist es in den Leidecks drin, aber nicht in den... In den Päckchen, die man bekommt. Weil ich hab Blitzsturm schon oft gezogen. Aber halt in den Leidecks. Und wenn das die Karte ist, die ich denke. So, nächstes... Nächstes arschige Duell. Wir spielen auf Wasser, ne? Oder macht der jetzt einen auf Wasser? Naja, jetzt macht der schon wieder die... Aber ich darf nicht anfangen, das tut. Jetzt macht er den Schein. Ach komm, leck mich doch. Aber ich darf jetzt... Ich bin am Arsch. Hey, was soll das? Ich hab grad ne Karte ge... Du kannst mir doch nicht meine Karte wegnehmen! Warum hat der eigentlich jetzt einen Boost von drei Runden... Nee, von 400, ne? Was hat er dafür gemacht? Ah. Das. Jetzt verstehe ich. Nein! Wegen seiner scheiß Feldzauberkarte kann ich ihn nicht vernichten, obwohl ich ein gleiches Monster hab. Hm. 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 Ah, sowas wie Glutbeschleunig habe ich aber leider nicht. Verhalten wir die Karte mal. Verhalten wir die Karte mal. Verhalten wir die Karte mal. Oh, das ist doch echt so. Aber ich habe keinen Elementsäbel mehr auf der Hand. Ach, ich bin schon wieder am Arsch. Damit stärke ich ja jeden auch. Oh, ich bin eigentlich am Arsch. Oh, ich bin schon wieder 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 am Arsch. Und was hat mir das jetzt gebracht, den Zug ziehen? Ach egal. Ich hab doch keinen 3-Link, das gut ist, oder? Nee, es fängt erst mit drü- Nöööö, was hab ich denn hier für'n Scheiß? Obwohl, doch wär hier vielleicht noch mal. Das ist so heiß. Ja komm. Alle Kriegermonster, ja er ist ja auch eins. Funktioniert nicht. Jetzt haben wir uns dann unterschiedlich gemacht. Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß. Weg mit dem Scheiß. Dann krieg ich keinen Scheiß. Wieso kriegst du ja... Ah egal. Wahrscheinlich, ah ja, wegen dem da. Gut. Gut. Dann kann er mich auch nicht zerstören. Gut. 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 Ich mache hier schon mal Feuer für den Notfall. Hauptsache er kriegt Schaden, ne? Und du da, vergieß mal weg. Keine drei Monster hier auf dem Feld, ne? Das wollen wir mal gar nicht. Nicht mit euch! Das war schmerzhaft! Wo kam das denn her? Oh, Landform. Let's go, ne? Nee, jetzt wird's rückgeschissen! Ich meine... Nein, der hat auch sowas! Ich hasse alles! Oh, der hat aber noch Karten auf der Hand! Ich hab gar nichts! So ein kleiner... Okay, unsere Notarten! Throw! Na, das ist jetzt meine einzige Chance! Na, das ist alles! Oh, nein! Na gut, dann nehmen wir den! Den, den, den... Den... Den, und den... Dann bleibt mir nichts anderes übrig jetzt, Plata. Oh, via Zupa, wuhu! Ich kann aber nicht angreifen, oder? Und ich kann doch angreifen, ich dachte ich überspringe in die nächste Kampfphase. Ah, nein, okay. Mama das. Okay. 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 Ich versteh manchmal die Effekte nicht. Ah, das ist der nächste Zug. Ja, wow. Wow! Da greift sich ein Feuermonster aus auf eine planische Gegend schlägt in einem Titel. Haben wir noch Feuermonster im Friedhof? Ja, haben wir. Ich würde es gerne ausprobieren, aber... Ah ne, komm jetzt. Let's go. Mit den 500 brauche ich jetzt gar nicht anfangen da anzugreifen, ne? Egal. Tanendo. Hi, Doc. So, was... ... 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